Du kannst ja ruhig mal ein bisschen eleganter laufen. Eleganter laufen? Na ja, als Intro, da musst du doch so ein bisschen. Okay, gehen sie vor oder soll ich vor? Mir ist es egal. Ich bin da ein Stück zu Klee. Auf jeden Fall sieht man schon mal, die Decke hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Hast du Informationen darüber, was das hier genau gewesen ist, wo wir gerade drin sind? Es ist auf jeden Fall, dass hier unten ein alter Stahlbund da sehen soll. Na gut, die Andeutung haben wir schon gesehen. Ja. Aber das hier drüber. Es wird nur so ein Farnhaus gewesen sein. Wie wir früher erwarten, dass so irgendwo im Wald in irgendein Haus gegangen sind und Unmengen von Menschen in irgendein Haus gekommen sind. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch irgendwo ein Eingang sein. Da ist eine Lüftungsanlage. Ne, das liegt nur oben drauf. Geht nicht nach unten. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich mach da so den Boden an und gucke. Sieht schon sehr verdächtig aus. Noch mal die schöne Decke. Ich geh hier mal raus, ich hab keinen Bock gleich die Decke auf den Kopf zu bekommen. Oh, das ist mir einfach. Ah. Gut, hier sind nur Rohre. Ein paar alte Toiletten. Also da ist mir gehört. Und Stell inhalten. Merasims. Also da rüber. Und ich bin Pele You were walking in the distance But I know that is my reality If you were echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams My heart rages around like an ocean in my head I can almost feel you all walking in the distance But I know that is my reality If you were echoing around Inside these parallel dimensions all alone Now I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams I'll find you in my dreams I can almost feel you all walking in the distance But I know that is my reality I know that is my dream 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020